So, willkommen zurückzuletzt bei Batman Arkham Origins 100% Run. Leicht verdientes Geld-Extreme ist unsere sechste Jäger-Raum-Karte auf Extrem für Batman. Was für die Jäger vom Merchbank? Äh, die sechste? Nein, das war die achte. Ich Idiot. Mal schauen. Zeit aufzuräumen. Panzerbrechen, schalte den gepanzerten Gegner zuerst aus. Gute Mine zum bösen Spiel, zünde eine Mine mit dem Minenzünder, während ein Gegner drüberläuft und wer hochsteigt. Zünde eine Ladung Explosiv-G, um einen Gegner, der das obere Ende einer Leiter erreicht, wieder nach unten zu schicken. Das ist ein Problem bei dieser... Okay, ich weiß, wie wir das machen. Also ja, mit dem Panzerbisten habe ich dich jetzt als erstes auch platt gemacht. So. Eine gute Mine zum bösen Spiel haben wir gerade nicht. So, und ich wollte was sagen. Und zwar was die... Was das Explosiv-Gil betrifft. Wenn ihr das Upgrade habt, per Annäherung, was zu machen, dann ist es schwieriger. Okay, das haben wir auch erledigt. Weil der gerade so schön vorbereitet hat. Shit. Ich komm mal lieber ab. Wie viele haben wir noch? Oh, noch fünf Stück. Ach Mensch, der ist in die andere Richtung geflogen. Das war nix. Das war nix. Wer macht nur Verdacht? Hahaha, wie der einen vollen Schiss bekommt, ey. Ich hätte ja nicht gewusst, dass der in die falsche Richtung fliegt. Hier ist überall... Kann niemand rachen? Wie viele haben wir noch? Vier? Hey, hey. Ich kann schwören, dass ich was gesehen habe. Shit, die haben voll Schiss hier. Ich muss nur schauen... Haben wir noch irgendwo anders eine Leiter? Wir haben hier noch eine Leiter. Ich platzi mal hier einen. Explosiv-Gil. Also es kann von Nachteil sein, es kann aber auch von Vorteil sein. Mit dem... Explosiv-Gil. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder runterbringen. Was ist denn ich da unten da unten? Warte, 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 k- Hoch, geh, hoch, geh, hooo! Ich bin keine Ausrede, ich will kein Gehammer, ich will Resultate verdammt! Hast du verstanden, Bord? Ich könnte nämlich einen hier hoch anlocken, aber... Nie im Leben ist er weg. Das ist noch nicht vorbei. So, ich platziere einfach mal hier auch noch ein Explosiv-Gil und dann hoffen wir mal das Beste. Also, was ich sagen wollte mit dem Annäherungszündel... Kann es verfordert sein, muss es aber nicht. Die Idioten sind beide... Er ist hier drüben! Hätte ich das gewusst hätte ich T-Light vorbereitet. Es tut sich was. Also, tut hier was! Das muss doch nicht so sein. Ich kann nur den Schallschreiber-Terrain jetzt nicht zerstören... Weil... ich sonst Gefahr laufe... Was mach ich? Ich hab verseh'n nicht gezündet, ich wollte es nur sprühen. Du wirst keinen schönen Tod haben, Ben. Das zu garantieren ist jetzt mein persönliches Ziel. Ah... Mist. Wär der andere vorhin besser geflogen? Das wär geil geworden. Okay, ich bereite jetzt wieder was vor hier. Also... Es kann verfordert sein, wenn man... Denn es mit dem Annäherungen hat. Muss es aber nicht. Nur die Times dann manchmal besser, aber manchmal auch schlechter. Macht so weiter! Macht so weiter und seht, was ich mit euch anstellen werde! Hm, ich hätte ne Idee... Vielleicht kommt jemand her, wenn ich hier ein Fenster kaputt mache. Was war das? Ich kann schwören, dass ich was gesehen habe! Prrr! Es waren eigentlich genug Gegner vorhanden. Ich werde dir die Leber rausgleichen und an meine Hunde verfütttern weffen. Hörst du? Hey! Einst dieser Fledermausfinger, wie geht das aus? Was war das? Wo läuft der dann? Da... Er ist nicht runtergefallen! Kann mich hier jemand rausholen? Ich will keine Ausreden, ich will kein Gejammer! Ich will Resultate verdammt! Hey! Ich stecke hier fest! Was war das? Spick nach, was passiert ist! Nein! Der hat nur einen Umschlag abgekriegt! Scheiße! Muss ich das jetzt neu laden? Was war das denn? Oh, ich weiß, wie ich einen runterlog... Wie ich ihn wieder runterlog erst mal... ... Die geht runter... Hier drüben ist die Wand kaputt! Der spielt irgendetwas Fischospielchen! Kam hoch! Das hat gezählt! Wie geil war das denn, das hat gezählt! Der hat es da voll drüber gelegt, Alter! Nein!